Wie hier in Mössingen-Oeschingen haben das Hochwasser und der Starkregen Ende Mai, Anfang Juni 2013 in der Region große Schäden verursacht. Private Haushalte im Landkreis Tübingen können beim Landratsamt bis zum 30. Juni einen Antrag auf finanzielle Unterstützung einreichen. Denn das Land Baden-Württemberg gewährt im Rahmen eines Hochwasseraufbauprogramms Zuschüsse für Geschädigte. Förderfähig sind Maßnahmen an Gebäuden sowie die Reparatur oder Wiederbeschaffung von Hausrat.